Musik 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 Film! Ihr müsst was Lustiges erzählen. Du musst das auflassen. Du musst ja irgendwie eine große Geschichte mit viel falsch zu sehen sein. Ja, mach viele Dateien auf. Aber das ist jetzt quasi... Deshalb kommt ja erst noch. Neuer Song. Neuer Song, genau. Lehrersong. Ein unbeschriebenes Blatt. Und das wird gleich der große Moment sein, in dem wir als Band Rainer von vielen dieses unbeschriebenen Blatt beschreiben. In Form von Bits und Bytes, die sich danach anhören, wie Musik... Jetzt zeig ich euch mal, was der Rainer im Studio wirklich macht. Seht ihr was? Facebook! Auf dem Profil unseres Tonmanns. Unseres Produzenten Jürgen Schlachter. Der fehlt ja noch. Was fehlt noch? Ähm. Dann sechs Untertitel. Anzeichen in der Musik Danke. Uh. Dann sechs mit Stolz ich